Hallo, es ist, es geht uns so spitze, es ist Tag 50. 50, weißt du, wie lange wir schon zusammen drin sind? Ist das großartig? Ich meine, das hatten wir noch nie. Und es wird auch wahrscheinlich nie wieder sein. Aber gut, jetzt wollen wir nicht Trübsal blasen, jetzt wollen wir die letzte Woche einläuten. Gottlob. Hast du jetzt was gesagt? Hast du jetzt was gesagt? Hat er was gesagt oder nicht? Hat er was gesagt, oder? Hast du was gesagt? Hast du jetzt was gesagt? Was hast du denn gesagt? Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, feiern wir am Sonntag noch schön den Muttertag. Und am Montag ist es dann vorbei. Also dann dürfen wir wieder, dann ist die Ausgangssperre vorbei. Und dann sagen wir Adieu. Oh, meine. Und dann. Und dann.